Ungewöhnlich klingende Familiennamen wie Smith, Payer oder Filter oder auch das Bemalen von Ostereiern erinnern heute noch in Andalusien an die ehemaligen Auswanderer aus Südwestdeutschland. Die ehemaligen Kolonien sind heute Dörfer und kleinere Städtchen mit weißen Häuserzeilen und Olivenhaien bis an den Horizont. Im Institut für Pfälzische Geschichte und Volkskunde ist kürzlich die Studie Spanische Aufklärung und südwestdeutsche Migration Auswandererkolonien des 18. Jahrhunderts in Andalusien erschienen. Dazu möchte ich Ihnen jetzt kurz berichten. Die Kolonisation der Sierra Morena wurde unter dem spanischen König Karl dem III. als prestigeträchtiges Vorzeigeprojekt der Aufklärung entworfen. Das Projekt wurde vom aufgeklärten Europa des 18. Jahrhunderts mit Interesse verfolgt. Entvölkerte Ländereien in Andalusien sollten mit einer idealen Gesellschaft besiedelt, traditionelle Probleme in der Landwirtschaft und bei der Besitzverteilung auf dem Land beseitigt und Ackerbau, Viehzucht und Handwerk gewinnbringend zum Nutzen des Staates betrieben werden. Die Kolonisten aus dem Ausland sollten neue Impulse in Spanien setzen. Spanien gliederte sich so in die Reihe europäischer Kolonisationsprojekte im 18. Jahrhundert ein. Die Werbemaßnahmen des Bayern Johann Caspar von Thürigl ab 1767 erzielten rasch großen Erfolg, was zahlreiche mitteleuropäische Landesfürsten selbstverständlich zu verhindern versuchten. Spanien zählte zwar nicht zu den typischen Zielländern der Auswanderung im 18. Jahrhundert. Die vielversprechenden Kolonisationsbedingungen zogen jedoch rund 8000 Menschen an. Erst 1835, nach fast 68 Jahren, verloren die Siedlungen ihre kolonialen Sonderrechte innerhalb des spanischen Staates. Die Studie betrachtet die Migration nach Spanien erstmals als einen ganzheitlichen Prozess. Sie untersucht die Kurpfalz, die Magrafschaft Baden-Durlach und den schwäbischen Reichskreis beispielhaft als Ursprungsgebiete der Auswanderung, darunter auch die Motivation der Auswanderer. Dann betrachtet sie die grenzüberschreitende Wanderung mit der Ausreise und dem Reiseverlauf. Und schließlich analysiert sie die Ansiedlung und Integration in den Kolonien und die damit verbundenen Probleme wirtschaftlicher, sozialer und kultureller Anpassung, darunter auch die religiösen Auseinandersetzungen und die Epidemien. Mit dem spanischen Projekt liegt ein frühes Kolonisationsbeispiel vor, das auf innere Kolonisation und Assimilation der Eingewanderten abzielte. Die Spanien-Auswanderer gingen im Vergleich zu anderen Auswanderungsbewegungen innerhalb weniger Jahrzehnte vollkommen in der einheimischen Bevölkerung auf. Deshalb wird in der Studie das spanische Projekt durchgängig mit anderen Kolonisationen im 18. Jahrhundert verglichen. Das Kolonisationsvorhaben veranschaulicht neben Innovationen auch die Widersprüche der spanischen Aufklärung. Die Agrarreform und der wirtschaftliche Erfolg gewannen die Überhand vor den sozialen Innovationen. Betrachtet wird in dieser Veröffentlichung die auf langfristige Sicht positive ökonomische, infrastrukturelle und auch demografische Entwicklung der bislang auf deutscher Seite kaum erforschten Kolonien. Die Studie wird zudem ergänzt durch zahlreiche Auswandererlisten. Ich wünsche Ihnen viele neue Erkenntnisse und eine gute Unterhaltung.